meine heute habe ich mal wieder so ein paar sachen geschnappt ja eigentlich habe ich nur aus jux drauf geboten das war ein neuer chinese sag ich mal und zwar einmal ganz oben links ist so eine dashcam kamera halt hier für laptop monitor für 2 euro 1 dann irgendwie so eine katzensicherung damit man die möbel vormachen kann kriegt mein brüderchen für drei euro 50 liegt bei 15 euro normal wenn man es kauft in der menge ein stativ für sage und schreibe 5 euro 30 alles inklusive porto dann noch irgendein handyhalter den an eine tischkante machen kannst am kinderwagen keine ahnung für zwei euro und zu guter letzt für mich und zwar ist das unsere irgendeine art linksfall eben um defekte schrauben raus zu kurbeln für 1 euro 65 ja und das sind so ganz normale bestellung die ich eigentlich immer mache